Wie baut man ein gutes Business auf? Dieser Frage gehe ich gemeinsam mit GoDaddy nach und spreche hier bei OMR mit Gründern und Gründerinnen über ihre Unternehmen und ihre Websites. Ihr könnt euch freuen auf acht Folgen voller Inspiration, tiefer Einblicke und konkreter Mehrwerte für euer Business, damit ihr dann am Ende online durchstarten könnt.